Jedes Mal, wenn ich irgendwie was von der Apple-Website nachbaue, finden die Leute das ganz toll und ich kann es auch verstehen, die Website hat schon was an sich und man scrollt sich da einfach sehr, sehr gerne durch und genau hier bei der iPad Air Seite habe ich diese schwebenden, ja, drehenden Scroll-Animationen gefunden vom iPad Air, das natürlich super luftig und leicht aussieht und ich habe mir so gedacht, okay, wie könnten wir das in Webflow nachbauen? Die haben natürlich hier 3D-Renderings für machen lassen und die dann quasi ein bisschen gedreht, aber jeder Screen hier ist einzeln als Bild wahrscheinlich gespeichert und das haben wir jetzt natürlich nicht, das heißt, wir müssen hier ein bisschen mogeln, aber ich blende dir hier mal unseren Effekt, unser Endergebnis ein, da kommt das schon ziemlich nah ran und das Besondere ist eben, dass das sehr einfach umzusetzen ist und auch sehr einfach erweiterbar von dir eben nutzbar sein kann. Also du kannst es überall auf der Website dann einsetzen und es ist nur eine Interaktion, die wir da eigentlich dazu anlegen. Wie immer findest du auch das kostenlose Clonable in der Videobeschreibung verlinkt, kannst du dir also dann dort einfach diese Sektion hier rauskopieren und in deinem Webflow-Projekt einfach an die Stelle hier schieben, wo du dann die Animation haben möchtest, den Rest hier, der ist sozusagen uninteressant für dich. Fangen wir also damit an, dass wir wirklich diese Sektion hier außenrum erstmal eine Höhe mitgeben und da machen wir mal eine Minimumhöhe von 200 VH. Das heißt, wir wollen hier nachher, wenn wir uns die iPad-Seite nochmal anschauen, sehen wir, dass das hier so aussieht, als ob das einfach ganz normal weiter scrollt und währenddessen die iPads durchfliegen, aber ich merke während dem Scrollen, dass es ein bisschen langsamer sich bewegt, als normalerweise der Browser das üblicherweise scrollt. Wir machen das ein bisschen anders. Wir machen also diesen Text hier ein Sticky-Element, dass das einfach so ein bisschen weiter mit scrollt, bis einfach diese Sektion hier vorbei ist. Und so lange schweben dann auch die iPads da über den Screen. Und dazu müssen wir eben dieser ganzen Section, an dem sich das Orientiert-Position relativ geben und können dann dem Kind-Element hier Sticky geben. Also hier ist der ganze Text auch dann mit drin. Machen wir hier also einfach erstmal Sticky und dann auf 0. Das heißt, es geht jetzt hier dieser Content-Bereich, ja, sobald der oben auf 0 ist, fängt er an, hier mit zu scrollen, bis die ganze Sektion eben vorbei ist. Ich habe ihr 6EM-Padding nach oben und unten mitgegeben, dass wir einerseits ein bisschen Abstand eben auch haben und du musst natürlich gucken, wenn du jetzt irgendwie eine Navigationsleiste hast, die mitscrollt, musst du entsprechend hier die Werte nochmal anpassen, dass das auch darunter ist. So, als nächstes kommt eigentlich der wichtige Part und das ist hier die iPad-Scroll-Animation. Also das ist einmal einen Wrapper nochmal außenrum, den wir auch 100% geben und das ist wichtig, dass ich den nochmal separat habe, weil du siehst jetzt hier, dass der Text-Content sozusagen in meinem Website-Container ist, ja. Wir haben hier den Page-Padding mit drin und wir haben hier auch einen Container mit drin, das heißt, da mit einer Maximalbreite. Und das soll aber die Scroll-Animation von den iPads nicht haben, die soll über die ganze Breite schön drüber schweben. Und deswegen habe ich hier eben einmal das separat hier nicht hier reingemacht in den Sticky-Bereich, sondern eben separat nochmal über die volle Breite. Und wir können dem Ganzen eben hier letztendlich auch nochmal ein Inner mitgeben, weil wir eben, wie gesagt, diese komplette Breite einmal auf Overflow hinstellen, weil wir gehen ja auch mit den iPads aus dem Screen raus und da wollen wir nicht dieses komische horizontale Scrollen dann mitbekommen. Und so kann man das eben dann einmal unterbinden und in dem Inner, deswegen eben nochmal ein Kind-Element innen drin, wo wir einfach eine Maximalbreite mitgeben können. Also einmal soll es 100% sein und jetzt mache ich das iPad hier mal sichtbar, ich habe eins schon eingefügt und dann können wir dem Inner aber hier so eine Maximalbreite. Und das ist ganz schön eigentlich, das mit Prozentangaben zu machen, falls eben der Screen jetzt wie bei mir hier mal breiter ist, ja, oder du kannst es eben sehr schnell auch bei Responsive anpassen und dann nochmal breiter machen, dass wir es auf Tablet auf 100 stellen und alle iPads passen sich sozusagen auch diesen Wert dann an, wie breit sie letztendlich in der Animation auch sein sollen. Wir lassen das jetzt hier mal auf 60 und ich habe hier einfach ein iPad-Mockup von meiner, habe ich das hier noch offen? Ja, genau. Ich habe einmal schon ein Clonable veröffentlicht mit sehr viel iPhone und iPad-Mockups drin, die man auch sehr gut als Komponente nutzen kann und hier habe ich mir das einfach rauskopiert. Und jetzt haben wir in unserem Fall natürlich nicht nur ein iPad, was wir hier durchschweben lassen wollen, sondern mehrere. Und das Tolle ist, dass du hier eben einerseits einfach das Bild hier ersetzen kannst, ja, durch ein anderes oder du kannst eben hier einfach mal ein Background-Video-Element einsetzen, lässt hier ein Video von dir hoch und kannst im Prinzip die gleiche Klasse hier verwenden auf das Background-Video und deaktivierst hier dann noch den Play-Pause-Button. Der stört in dem Fall und ja, dann hast du einfach ein animiertes Video, was du zum Beispiel auch einsetzen kannst. Ja, also das sieht natürlich auch nochmal ganz toll aus. Ich habe hier jetzt mal drei iPad-Mockups integriert, du kannst ja aber letztendlich auch zehn einfügen, das ist komplett egal. Und wenn wir uns das jetzt hier nochmal auf der Apple-Seite anschauen, dann sehen wir, dass wir ja so einen leichten Versatz nach links haben, ja. Immer so zehn, fünfzehn Prozent sind die so ein bisschen verschoben, also versetzt. Und in unserem Fall könnten wir das so machen, dass wir eben diesem ganzen iPad-Scroll-Animations-Wrapper sozusagen ein, sagen wir mal, acht Prozent vielleicht so ein bisschen nach innen mitgeben. Und das sieht jetzt hier auch aus, als ob das nicht passend zum Container ist, aber das ist ja sowieso nachher komplett hier am Browser-Fensterrand orientiert. Können wir auch ein bisschen weniger machen. Und das ist sozusagen die eine Möglichkeit und dann wollen wir auch noch ein bisschen Überlappung haben, dass die einfach so ein bisschen auch hier sich leicht überlappen. Und dazu können wir eigentlich ziemlich einfach ein Negativ-Margin benutzen, also nach oben zum Beispiel minus 30 Prozent. Jetzt siehst du, dass eben der erste, das erste iPad-Item das auch macht und das wollen wir in dem Fall nicht. Deswegen können wir dem ja mal eine Combo-Class mitgeben und das wieder resetten. Das heißt, wir haben nur hier dieses erste, das zweite und das dritte und alle danach, die quasi immer diese minus 30 Prozent nach oben geschoben werden. Und jetzt haben wir noch ein kleines Z-Endings-Problem, das ist aber auch nicht schlimm. Geben wir dem mal null und dann sollten die anderen eigentlich, wenn wir die jetzt auf eins stellen, genau, der hat eins und der hat auch eins, der kommt aber im Content-Fluss danach. Deswegen sollte der dann da drüber liegen und ja, das funktioniert hier auch. Dann gehen wir rein und machen die Animation und hier ist es jetzt das Interessante, wir machen jetzt nicht die komplette Section als Animations-Trigger, sondern nur eins von diesen iPad-Items. Weil wir wollen am Ende die Animation gleich anwenden auf jedes von diesen Items. Und dazu gehen wir jetzt hier rein und sagen, while scrolling in view, starten eine neue, dann vergibst du dem Ganzen eben eine logische Benennung. Und dann kannst du das Ganze auch nochmal schließen und hier eben kurz auf Class stellen. Das heißt, wir wollen jetzt hier das Ganze anwenden, nicht nur auf ein Element, sondern auf alle, die iPad-Item im Klassennamen stehen haben. Das können wir auch erstmal auf allen eben Devices machen. Das wird im Clonable, der Prozess, den spare ich dir, aber den habe ich nochmal ein bisschen angepasst. Kannst du dir also einfach rauskopieren oder selbst mal ein bisschen rumtüfteln. Und hier beim Smoothing, ja, würde ich mal gar nicht so hoch gehen. Vielleicht reicht es sogar, einfach mal die 45 zu machen. Und was wir jetzt machen, ist zum Ersten diese Scale einmal animieren. Es soll von groß einfach ein bisschen ins kleinere gehen. Und er nimmt es jetzt hier schon als Interaction-Trigger. Wir wollen das aber als Only Children with this Class machen. Und gehen dann hin, müssen wir jetzt mal suchen, iPad-Item. Genau, er soll nicht nur auf die Einses anwenden, sondern auf alle, die diesen Namen eben haben. Ja, und das Ganze, kennst du ja schon von der Scroll-Animation, man gibt eine Ausgangslage an bei 0. Also sobald es unten quasi rein in den Viewport scrollt und eine Ausgangslage, wenn es oben wieder raus scrollt, da könnten wir dann auf die 0,42 gehen. Und das ist jetzt was, was quasi gleichzeitig jedes von diesen iPads angewendet bekommt. Als nächstes können wir die noch ein bisschen rüberschieben. Dann nehmen wir uns einfach mal ein Move und dann könnten wir einfach mal sagen, hier machen wir mal 0. In der X-Achse gehe ich immer auf die VW und in der Höhe gehe ich auf die VH. Das heißt, hier könnten wir die noch mal so ein bisschen runterschieben vielleicht. Macht das Ganze noch mal so ein bisschen spannender. Duplizieren wir das, packen uns das hier nach unten und dann soll das so 55 rübergehen, also fast aus dem Screen quasi raus und auch wieder auf die Nuller-Position. Schauen wir uns das mal an, wie das schon aussieht. Ja, das funktioniert auch schon ganz gut, sieht eigentlich auch schon gut aus. Aber du merkst schon, dem fehlt noch so ein bisschen was. Wir haben ja hier irgendwie doch so einen leichten, schönen 3D-Effekt hier mit drin. Und den können wir ehrlicherweise jetzt nicht komplett haargenau so imitieren, aber wir können doch da so ein bisschen rangehen. Und dafür nehmen wir nur Rotate. Da ist es aber wichtig, dass wir eben diesen iPad Animation Inner, einmal hier so einen 3D-Transform, hier diese Distance mitgeben. Hier musst du also 1000 Pixel einstellen und die Ausgangslage, den Anker, habe ich jetzt nicht in die Mitte gesetzt, sondern auf die rechte Seite. Und das heißt, dass alle Kind-Elemente jetzt so eine 3D-Perspektive zugeordnet bekommen können. Und das ist wichtig, weil sonst sieht es eben unecht aus, wenn du das nicht einstellst. Und dann können wir das auch so ein bisschen faken. Ja, wir können jetzt hier also hingehen und sagen, wir nehmen einmal Rotate. Und dann können wir hier mal 0, ja, wir können mal anfangen, dass er sich vielleicht ein bisschen nach links gedreht hält. Und da geht er dann so auf die 30 vielleicht. Und jetzt ist es auch interessant, der ist jetzt hier noch nicht ganz oben, aber dass wir hier auch so ein bisschen den vielleicht in die Richtung nach hinten bewegen. Ja, so minus 8. So, und das muss man einfach so vom Gefühl her schauen, was fühlt sich da gut an. Und jetzt muss es auch so sein, dass hier genau der Schritt sozusagen kommt, dass die sich auch voneinander weg bewegen. Also ich finde es gut, dass man hier viel vom Screen eben sieht. Ich finde, das Ganze wirkt noch ein bisschen zu groß. Das heißt, wenn das dann passiert, können wir eben super easy jetzt hier reingehen und das Innerelement von 60 zum Beispiel mal auf 50 in der Breite stellen. Und dadurch kommen wir jetzt so ungefähr bis zur Hälfte vom Screen, je nachdem, wie groß eben der auch ist. Und jetzt können wir uns das Ganze noch mal eben anschauen und gucken, ob wir da noch mal ein bisschen was tweaken. Was ich ganz schön finde, wenn wir hier auch so eine Überlappung eben haben, haben wir in dem Fall ja auch, dass es so ein bisschen über den Text hier drüber geht und hier dann doch auch ziemlich klein wird. Einen zusätzlichen netten Effekt könnte man auch noch hinzufügen. Wenn du jetzt hier irgendwie UI-Elemente drin hast, wie bei Apple hier, wird sich das nicht so anbieten, weil da soll das natürlich statisch einfach so bleiben und nicht irgendwie ranzoomen. Aber wir könnten gerade bei so Bewegbild oder einfach, wenn es irgendwie wirklich Fotografien oder sowas sind, wirkt es sehr gut, wenn du hier auch noch dem iPad-Screen sozusagen ein Scale mitgibst. Das heißt, wir gehen hier auf 1,2 und gehen dann ziemlich früh, wahrscheinlich so bei 40 vielleicht, soll er eben dann auch auf die 1 gehen. Also der zoomt auch so ein bisschen rein und dadurch bekommst du eben bei dem Ganzen hier nochmal so einen ganz netten, wenn es dir auffällt hier zum Beispiel, so einen Effekt, als ob innen drin von dem iPad sich eben auch was bewegt. Und es wirkt gerade bei Fotografien eben ganz geil, aber wenn es jetzt eine UI ist, dann würde sie sich verschieben oder abgeschnitten werden. Das ist natürlich nicht so passend. Und dann hast du im Prinzip hier auch noch so einen kleinen Motion-Bewegungseffekt mit drin. Man sieht, dass das jetzt hier unten noch so ein bisschen abgeschnitten wird. Das könnten wir nochmal lösen, indem wir der ganzen Section hier oder beziehungsweise dem Rapper einfach auch nochmal Paddings mitgeben. Wird sowieso nützlich sein, weil wir auf Overflow hidden gehen. Das müsste also oben auch hier eigentlich fast abgeschnitten werden. Also zur Sicherheit ist das besser, hier auch mal 14 EM vielleicht unten nicht ganz so viel mit reinzugeben. Und jetzt sollte das auch so ein bisschen, genau, ein bisschen mehr Abstand nach unten haben. Genau, und das ist im Prinzip das ganze Hexenwerk. Finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Effekt. Und das Tolle ist ja, du fügst jetzt hier, was weiß ich, wie viele iPads mit rein. Und die fliegen hier einfach alle über den Screen. Und das mit nur einer einzigen Interaktion, die wir hier angelegt haben. Und ich glaube, ist ganz interessant, sowas sich vorzufertigen und vielleicht mal in die andere Richtung. Vielleicht irgendwie nach oben oder verteilt in zwei Richtungen. Und dann hast du für dein Portfolio im Prinzip eine richtig coole Interaktion, die du immer wieder duplizieren kannst. Und das ist auch nicht wirklich viel Code, der da im Hintergrund generiert wird. Wenn dir solche Tutorials gefallen, schreib mir gerne in die Kommentare. Wenn du irgendeinen Effekt nachgebaut haben willst, dann schaue ich mir das mal genauer an. Ansonsten über einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich richtig freuen. Bis dann, mach's gut.